Musik Umstein tue ich nach. Lange Pelle stelle ich ein. Da muss ich. Die Fährschädel sind aber auch kritisch. Ja der sollte auch nicht so kommen. Der war eigentlich direkt auf dem Boot gespült und nicht. Ich glaube trotzdem beim Bassen da muss man noch dahinter kommen. Da gibt es spezielle Rezepte. Ich weiß eh wenn du welchen Pass spielen kannst. Im Spielaufbau funktionieren jetzt super die kurzen Y-Pässe. Weißt du so einen weiter links umgelegen im Ball oder was? Den hier. Nein. Dann auch spielen nicht. Man hat schon gewechselt. Ich weiß nicht. BOTGOO GOO GOO PULLE und dann hat er den Raum zugemacht Joachim Schämer die Köln was macht ihr denn? der Heber wäre begangen übrigens ja aber ich wurde schlank eigentlich der Motor locker inschieben das ist so geil wenn man es dies macht ja wisst ihr was ich meine? die Boots kennen heuer was wenn sie das nur lasst das haben sie uns schon gemacht gegen die besten Clubs das ist das ist das ist das ist Ich habe das gespielt. Ich bin jetzt mal ein Was? 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 Töckchen. Wenn sie gestern nicht mehr ausgehen natürlich. Mitkriegt. Bin... Bin dem Räikkohol verfeilen. Oh, bist du noch länger geblieben? Ja, ja. Warte, du wirst das nicht. Ja, das war eine Pensionsverabschiedung von einem Kollegen von uns. Der ist sozusagen jetzt 15 Jahre meinen Weg. Den hätte ich mit RB spielen müssen. Und ja, da bin ich in der Arbeitszeit schon aus der Alkohol mit ihm liegen. Na, ich habe mich bei 3 Bier und Schnaps auch abgeseilt. Ich habe noch ein paar Schnäpse mehr gehabt. Und die anderen auch. Und dann ist gleich weitergegangen in der Nachtschicht. Und die haben auch gleich alle gesoffen. Bin gleich da. Wir sind eh erst in der 30. Minuten. Arbetsgeheimnisse, du. Ausplaudern, nein. Bis zum nächsten Mal. Ja! Ja! Nein! Na is Lincoln! Ja! Ja! ... 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 Da hat auch der ERP dazugehört. Oh oh. Haben beschein gemacht. Das ist überhaupt die Postbrüche. Bist du unten? Die Gewalt unten, ja. Wenn ich kurz gehe, spürt er weit und wenn ich weiß, dass er gut wird. Ah nee. Ich hab dir jetzt gelesen, cheese, dabei steht da ja Chelsea. Okay. Okay. Man, man! Man, man, man! Vielen Dank. Wunderschön geht's, hm? Zweite Pottor. Wunderschön geht's. Nein, also warte mal auf, ich spiel gern kurz. Wunderschön geht's. Wunderschön geht's. Wunderschön geht's. Wunderschön geht's. Wunderschön geht's. Wunderschön geht's. Das tut man normal nicht. Wunderschön geht's. 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 Ja, ist der Hund. Boah, dann hat er mal was Schankspit. Ich bin Sportingarmis. Ja, ja, geht schon. Bin ja auch da. Stimm mit dem Bott nochmal. Achso, das war der Markus der Bott. Sorry, Markus. Ich glaub, wir haben keine Schmalz mehr. Ich hab die Bott genannt. Das war der Schlenzer. Das war der Schlenzer. Das war der Schlenzer. Rückraum. Papa. Lässt er sich nicht nehmen. Da gibt's kein Rückraum mehr. Auch wieder Warnen. Ja, zwei Spiele erbrechen. Zwei Spiele. Ja. Zwei Spiele. Ja. 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 Ja.